hallo leute willkommen zurück zuletzt bei pokémon smaragd wir sind hier auf dem weg wohin eigentlich habe ich das im letzten paar eigentlich hier drin gemacht in lauf wechselfeld ich weiß jetzt gar nicht wir sollten uns eigentlich erst mal erkundigen was wir hier eigentlich zu suchen haben weil es macht jetzt keinen sinn will wir hier weitergehen ohne zu wissen was wir eigentlich zu suchen haben habe ich das ist eigentlich gemacht ehrlich gesagt es ist mir jetzt eigentlich wichtig das zu suchen egal wir gehen sie mal da rein habe ich hier das nugget geholt ja habe ich ganz brav was bei kriegsten keks dafür so professor kosmos unterwegs zu den metro mit torfällen eine gute 114 einige leute von team magma begleiten ok jetzt wissen wir was wir zu tun haben und tschüss habe ich ein fahrrad ja habe ich wieso muss ich das nachschauen ob ich ein fahrrad habe will ich mit dir kämpfen wenn habe ich jetzt vorne im team ich glaube ja du willst mir eine tm brüller geben das ist geld alles was ein pokémon von sich gibt ist brüller niemand wagt sich nah heran wenn du magst dann nimm dir diese bürde diese tm ab wenn du willst kannst du noch ein bisschen was anderes von mir abnehmen ich bin ein bisschen voll geladen wenn du willst ein bisschen creme der 5 brüller ein brüller schlägt pokémon in die flucht ja also absolut sinnlos aber geld so mit dir will ich jetzt einfach mal kämpfen scheiße ich wollte im doppelkampf ich bin nur ein hübsches gesicht also ich bin nicht nur ein hübsches gesicht entschuldigung naja hübsch bist du auch nicht auch egal luise mit dem planer so das ist mit dem planer ich meine ich habe lange überlegt durch ein plan ist klar dass das team tun soll ich war ja ja machen wir mal schlammbad das ist doch blöd da schreck ich ja zurück ich meine du siehst den kampf nur unnötig in die länge mehr machst du damit eigentlich nicht ich meine du fügst mir nicht wirklich schaden zu du ziehst den kampf nur unnötig in die länge so weil du es kannst das war überhaupt nicht niedlich ja man muss nicht immer niedlich sein es kann auch mal mit gewalt sein energie staub was machst du noch mal ich glaube ich kann ich verkaufen oder ja ich sage ich kann ich verkaufen und ich kann ich besiehen ich habe da einen großen fuck gemacht riesig sage ich dir riesig erst mindestens zwei meter lang mit einer schwerbe ok siehst du die schwerbe ist ja ich sehe es es morgen macht mal kaputt auf wo es mir gerade einfällt du kannst auch schockwelle bis zum du hast du den boden typ drinnen gottes will scheiße denk halt dran meine güte denk halt daran dass schmerbe wasser boden ist denk doch mal da dran ein bisschen intelligenz bitte auch spike es wäre mal relativ praktisch wenn ein bisschen intelligenz ans tageslicht legen würdest ja lebens cooler kannst jetzt auch machen er schwächste feuer attacken dann schwächste elektro attacken was überhaupt gar nichts bringt aber ich lasse dich einfach mal machen du wirst schon wissen was du tust okay was war das denn was wenn sie nicht groß genug riesig war es riesig ja es war riesig so gegen dich will ich nicht kämpfen ich will ich auch nicht kämpfen ich habe gerade irgendwie keinen bock gegen die trainer zu kämpfen so aber ich will hier zur nette auch wenn es mir gar nichts bringt ich will den pokéball da hinten ich hab dir mal kurz auslande werdet das forschungsaufzeichnung das information zu den boxen es sollten boxen eingerichtet werden die jeweils 30 pokémon aufnehmen können jeder trainer sollte eine lage sein 420 pokémon system abzulagern pc system blablabla ich will den pokéball spike erhält meister ball juhu spike entschuldigt dass hier so chaotisch aussieht auch bei mir ist es auch nicht besser immer wenn ich forsche vergesse ich aufzuregen ja ich vergesse grundsätzlich aufzuregen egal ob ich forsche oder nicht ist echt peinlich erzählt dass bloß niemand nicht gibt doch dies hier acht das bringt mir sogar was ja toll eine turzelpuppe ganz großes kino das ist natürlich sehr praktisch will ich gegen die kämpfe ja kommen bekämpft jetzt mal gegen dich wer hat ja alles über pokémon beigebracht ich habe eigentlich alles selbst beigebracht das kleine bisschen was ich weiß ok was hast du noch mal gehabt achten rosalie und georg alles klappt das dürfte eigentlich ein ziemlich leichter kampf werden schlammert auf roselia und wo ist sie denn da die metallklaube auf georock ja das reicht locker aus roselia und nur noch die metallklaube könnte sogar auch ausreichen nein hat nicht ganz ausgereicht und einige darfst du machen das erlaube ich dir ausnahmsweise mein liebes georock das erlaube ich dir es ist voll schade ich mag georock eigentlich und vor allem ich mag hier was es ist nur voll schade dass georock sich nur durch tausch entwickelt ich finde es voll traurig wird georock ich würde was so gerne im team habt so gerne würde ich das im team aber ich habe keine ahnung wie da auf dem pc da mit emulator tauschen und so keine ahnung wie das geht und selbst wenn ich mal auf dem gameplay das spiel ich bin zu faul um zu tauschen ich finde es so traurig was für ein unglaublicher kampfstil ja das ist einfach nur noch traurig weil ich mag georock total ich finde georock was ich ja kommen ja jetzt macht spaß du kannst angeln und würstchen beraten und andere mit spukgeschichten zu tode erschreckt du kannst auch den frauen deine würstchen geben und das beste sind die pokémon kämpfe ja habe ich eigentlich gerade eben noch gesagt dass ich keinen bock auf kämpfe habe eigentlich das schon und jetzt hätte ich auf einmal gegen alle trainer egal sondern du bist süß ich mag dann da nicht kaputt machen nein ich mag das nicht kaputt machen sondern ist zu süß ich meine hallo schaut es sich an dieses dieses blinken deinen augen das ist da hat dieses ja weiße da das blick das blinkt einen so an und auch ist es so süß ich liebe ist mein sondern sondern ich will sein dann haben gleichzeitig weiß ich aber dass wir könnten sie tun werde leider oder vielleicht doch das wäre eigentlich überlegen wer zu unseren da und das wird sich jetzt wahrscheinlich komisch an höhere aufnahme sehr sehr komisch aber es ist dann da ich meine achten man trainer dennoch gar nicht gesehen ein nur turzel habe ich auch am anfang überlebt so wichtig ins team tun will aber nein man bringt es nichts wenn ich so im team habe ich werde gerade zum morgens auf level 30 wechseln wir euch mal aus gegen dagegen mag nicht wirklich wenig bringen weil so lange bist du nicht mehr ein team mein bestes mein liebes markt naja so lange bist du nicht mehr im team und nein wirklich mag nein bleibt nicht kompletten team dann trainieren wir jetzt mal so lunio kommen her einfach weil ich jetzt lust habe warum fahr ich endlich fahrrad ach ja wegen der scheiß musik komm mal her ich will mich kämpfen bin der lagerfeuer entzündet muss immer wasser in der nähe sein oder du hast natürlich auch praktisch ich habe keinen zum weg sie haben noch mal suboptimal warum bist du doch kein so petz das ist sehr enttäuschend von dir das ist doch relativ suboptimal so lunio gegen steckmark erst du hast doch was zu kommen her ich brauche dich du dürfte ich relativ wenig kümmern ja so mach es mal kaputt hast du gut gemacht brav kriegst du kriegst dafür so und als nächstes ein finger ja wo ja kommt soll das machst du schon das machst du schon stimmt wo es mir gerade einfällt du kannst der body check dann wird das sogar relativ einfach heul mich nicht an du blödes wingerl ich mag dich grundsätzlich nicht aber wenn du mich auch noch anhalt da mache ich dich noch weniger ich mag fingerl ich weiß nicht es ist es ist so ein blödes pokémon so gut du hast mit feuer gelöscht und ja während du das so sagst die sich mal ein bisschen eis heute mal kein normalen tee oder habe ich ja ich habe sogar noch ein bisschen was von einem leckeren normalen hagebuttentee lecker 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 heute mal köstlicher hagebuttentee das ein kampfgeist entfacht wir sollten uns gegenseitig im pokémon eintragen macht das mal warum man auf einmal auch männer meine nummer haben das ist sehr verstörend und ich will nicht gegen euch kämpfen vor allem nicht wenn es morgen an zweiter stelle ist okay okay es wird doch kein doppelkampf sehe ich gerade oder eine gute ausrüstung sollte nicht in die berge wagen durch die berge wagen ja einer sonne von clodwig kann man nur clodwig heißen clodwig könnte man das auch gleich weglassen die gleich code widmen aber ist auch egal lassen wir das thema eigentlich bodycheck ich habe nach oben gedrückt dummes gamepad ich schlage jetzt mein gamepad du bist blöd warum gehst du nach links wenn ich sag dass du nach oben gehen sollte wahrscheinlich geht es gleich mit geld hätten aber weil ich schlag ist wahrscheinlich jetzt schon kaputt so jetzt machen metallklaue brav mache es auch kaputt zur union gut ich kann ach kommst du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du ich glaube ganz fest an dich du bist acht level über dem piech bodycheck geht daneben natürlich ja schon geht noch mal daneben ja achst du bist herrlich kommen alle guten dinge sind drei alle guten dinge sind drei kommt noch mal daneben nein achst du nur warum machst du sowas warum triffst du und warum lässt du dich vollkommen auf anheulen warum sind dann überhaupt dein angriff ich weil hast du mitleid mit dem piech oder was ist aber kein guter terminator ich meine nimm dir mal ein beispiel am meter groß der hat nicht umsonst neutralisator wie das wie das teil heißt neutral tor so hat nicht umsonst weil ich weil der lässt sich nicht irgendwie einschüchtern dass der gegner mal kurz rum heute deswegen mit schwäche wird er hat kein mitleid der zerstört alles hat sich der die pokémon sehr entwickelt bis jetzt eigentlich nur meine tropie ja bis jetzt eigentlich nur die beiden was ich weiß so aber ich glaube ist durch nun entwickelt sich bald ich bin mir nicht mehr sicher war es auf level 30 ich bin mir echt nicht mehr sicher wer cool wäre cool wenn sie mit dem nun entwickeln würde so vernichtet das lobe lombrero ein merrill das können wir auch mal kurz wenn nicht hin so soll nun hier kommen wir spielen wieder ein bisschen lotto hier oder ein bisschen roulette und natürlich triffst du dich es war ja so klar mittlerweile okay wir können sie zu machen wir wir machen jetzt so eine art tombo laden er nicht von wohl aber wie nennt man das letzte preiser schreiben gewinnspiel jetzt gewinnspiel eine wette jetzt haben wir das wette ja wie lange hat das so dumm wortsuche ja wir machen jetzt eine wette wird soll nun jetzt treffen oder nicht die einsätze wird noch angenommen wird so nun treffen einsätze werden noch angenommen okay einsätze werden noch angenommen wie sieht es aus wird der linie treffen wird es treffen da es trifft alle die gesagt haben es wird nicht treffen ihr müssten wir jetzt was müsst ihr jetzt machen ihr müsst jetzt eine bohrer anzug anziehen auf dem balkon raus rennen apologizing so ganz einfach schon haben die wo gewonnen haben die ziehen sich ebenfalls ein bohrer anzug aus gehen raus auf dem balkon und singt wieder champions so ich soll gar nicht weiter so ach so sagst du gleich bei der ich habe mein dreistens gerade so ja nur ein kleinstein das dürfte für uns gar kein problem sein und ich sag's euch stolz rock später die entwicklung von zu nur die letzte kann attacken lernen da frage ich mich warum warum kann ein stolz rack solar strahl das ergibt doch keinen sinn wieso kannst du solar strahl ich weiß warum ich würde das passt so gar nicht zu dir